Seid herzlichst gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern sowie diverse und besonders grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum und die lieben Arbeitskollegen den Sonderfelix den Markus und den Roland und wir machen hier mal weiter mit dem User Level oder Custom Level also Level Editor selbst gebaut von einem Herrn Roland glaube ich heißt oder wie heißt der Robert Roland The Coast of France und zwar sind wir jetzt im quasi letzten Teil wir haben den der die das dritte Level The Dunes oder wir stehen hier noch haben da das Kreuz irgendwo eingesetzt sind jetzt hier und gehen raus und und dann geht das und jetzt ist der Level weg so und jetzt sind wir noch mal kann nicht mehr zurückgehen noch mal im ersten Level im ersten in Coast wieder so und jetzt passen wir auch also jetzt geht nämlich hier die Tür auf oder so genau so jetzt geht hier die Tür auf und jetzt sind wir wieder hier irgendwo Karte ich will dauernd die Karte aufrufen jetzt speichern wir uns da mal hin passen wir auch das war jetzt fangen wir jetzt fangen wir da an so save game jetzt fangen wir da an so save game siehst du jetzt sind wir wieder laut hier in the coast wieder wieder in the coast Und ja, muss man leiser machen. Leiser mit Nelly. Leiser machen. Und jetzt lesen wir mal. Also, the gate will open on approach. Use your corridor key in the keyhole. Rest and see a lever over a spike now disabled trap. Also, ich glaube, wir müssen auch den Ding einsetzen. Corridor key. Also, Gang, Schüsse. Und jetzt ist auch, oh, jetzt ist, genau, jetzt ist da eine Spike-Falle. Jetzt können wir schon wieder speichern. Warte, da haben wir da jetzt mal. Da. So, also. Und jetzt müssen wir überlegen bzw. lesen, weil ich mach das hier nach Anleitung. So, to the right in the back are flares if you want. Then go to the other end, south, and up into the crawlspace after shooting. Ah ja, genau. South, gell. Sind wir jetzt south? Ja, south. Der rote Nadel zeigt auf Süden. Siehste? Der rote Nadel zeigt auf links, auf Süden, auf S, also sind wir south. Jetzt müssen wir... Kaffee. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, Kaffeepause machen. Weil ich bin mehr oder weniger gerade aufgestanden. Das muss man jetzt mal so hinnehmen, Freunde. Und jetzt müssen wir... Also Kaffee, einen Moment. Mhm. So, jetzt sind wir da raus. Und ähm... Da sind wir mal raufgekommen. Da hinten sind Fackeln. Und haben wir das jetzt schon mal... Jetzt müssen wir... Da relativ nahe hingehen. Waffe ziehen, springen und schießen. Jetzt geht das Ding auf. Da hinten ist da hinten noch eins. Ne. Jetzt gehen wir da rein. Und äh... Griechen drücken. Also Griechen, das ist Griechen. Und da musst du hochziehen und dann... Griechen und vorwärts. Und dann geht's rein. Kann man noch eine Fackel nehmen. Und jetzt müssen wir... Take a right and climb down. Also da rein und rechts und runter. Waren wir da nicht schon mal? Oder so? Weiß keiner. Da waren wir doch schon mal, oder? Ne. Also. Leider muss umdrehen. Umdrehen. Turn around. And now action Handlungsplaste und runter. Und now sind wir wieder... Ah, jetzt ist genau. Da ist der Anfang. Da unten haben wir angefangen. Und jetzt ist da... Höh? Jetzt muss aber die Ding weg sein. Ah, in der Mitte. Haben wir da noch was? Fackeln. Und jetzt können wir den Speichern nochmal, warte. Schalter ziehen. Jetzt geht wieder eine Tür auf. Ah! Jetzt geht unten die Klappe auf. Oh ne. Das ist der Levelbeginn, oder? Ganz, ganz... So. Jetzt weg. Sonst geht das Ding wieder rauf, oder? Jetzt lesen wir mal. Go to the lever you saw and use it to open the big entrance door. Pick up more flares and your way to the crawlspace and go right. Drop into the attic. Alles wieder zurück. Alles wieder zurück in den Crossways. Und rechts, oder? Und vergleichen. Griechen drücken. Griechenland ist bekannt. Und ja, rechts, oder? South. Und darunter TH South 7. Ich kann ein springen. Leider. Also man muss umdrehen. Kann ein einwandfrei STH. Entschuldigung. South. Oh, hey, hallo. Jetzt sind wir da in der Türbude. Kann man die abschießen? Nee. Und fackeln und speichern. Und nee, machen wir da wieder drüber. So, attic. You can push the barrel away. Push and head down two stairs. Was für ein barrel muss ich nicht? Head down two stairs. You can push the barrel away. Ach, da muss ich nicht. You can. Da ist schon wieder einer. Ach, da waren wir schon drinnen, oder? Können einen barrel pushen? Nee, muss man nicht. Head down two stairs. Head down two stairs. Head down two stairs. Head down. Head up. Head down. Da waren wir schon mal. Ach, da haben wir das Ding geschoben. Ah ja, ganz am Anfang. Two stairs. Zweimal. Zwei Etagen. Two floors. Jetzt da waren wir. Jetzt geht's da rum, oder anders geht's nicht. Look right around into the passage and take the first right. Oh weia, da geht aber the first right. Geht nix. Right geht da right and right. Da ist right. Aha. Da unten war der... Nee, da kann man jetzt nicht, gell. Outside. Outside. Jetzt geh ich da raus. Da kommen wir uns raus, Kind. Outside. Use the crack. Ah, jetzt müssen wir da oben rauf, oder? Outside. Use the crack and the pillar on the left to jump up to the upper floor. Where you can now enter the castle. Kaka castle. Da ist der... Schau her. Der Ding in... Der Ding. Muss ma... Warte. Muss ma irgendwo rauf. Nee, muss ich erst rum, oder? Muss ja einmal rum. Hallo, hallo. Und hoch. Und jetzt hallo. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir... Da ist der Level Anfang. Schau her. Take a look. Take a look around. Da, das ist die, die anfangen. Take a look around. And, äh, admire the wonderful, äh, site. Ha, ich kann einwandfrei vonsee. Muss ma jetzt hier mal. Jetzt kann ich hier mal rief. So, jetzt können wir da reingehen. Jetzt speiern wir da. Make a safe game. Now make... Da machen wir jetzt ein safe game. Und speiern nochmal. Warte. So, safe game. Und jetzt kommt Kaffeepause. Ich muss hier mal eine Kaffeepause. Ich bin gar nicht erst. Das müssen wir jetzt hier mal so hinnehmen. Ha, ha. Kaffeepause. So, Freunde. Now, friends. Take a look into the castle. Also, castle oder castle? Weiß keiner. Don't, no. Outside. Haben wir schon. You can enter the castle. Go straight through the corridor and end up at a deadly pool. Hello. Deadly pool. Gehen wir jetzt rein. Komm her. Deadly pool. Das müssen wir wissen. I want to know this. Where is the deadly pool? Au. Schau her. Hoppla. I want to see the deadly pool. Oh. Nice colors. Schau her. Immer mal für den englischen Fol- Oh. Englischen Fol- Eieiei. Englisch friends listening now. Oh. Da ist nix, gell. Oh. Straight into. Go into straight. Und da ist runter. Down. Go downstairs. Carefully. Deadly pool. Nice colors. Schau her. Hallo. Very nice colors. Take a look at the very nice colors. But the pool is almost badly. It's not, um, no good idea to jump into the pool. You must say, uh, that this is, you can say, uh, that this is no good idea. Ich muss noch ein bisschen Englisch lernen hier. Deadly pool is the, it's, uh, pass the word. Deadly pool. You have to run, jump with a wide curve around the corner to the left and grab the ladder under the opening. Oh, 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 oh. Ich muss an die Leiter springen. Hoppla. Also, oh, very nice colors. Schau her. Jetzt müssen wir vorsichtig ziemlich in die Ecke gehen und dann mit Anlauf und Grüwe und ein bisschen nach rechts an die Leiter ran. was ist da oben? Ach so. Genau. Ich mach mal so. Schau, schau, ich freihand. Hoppla, ja. Und links lenken, Handlungstaste drücken. Da sind schon wieder Schau. Hallo. Oh. Green color. Green. Schau. Schau. Und jetzt müssen wir da runter. Follow this passage. Take a right and loop right around the corner. Take a right. Ist da jetzt ein Not very much enemies. in the whole game. Jetzt müssen wir rechts rum, oder? Ah, ich glaub rechts rum, hat er gesagt. Und da ist es irgendwo eine Fackel oder so. Sagt er. Warte. Ähm. In the back under the torch is a barrel. You can push it. Ach so. Ich muss a barrel pushen. Da. Das muss ich jetzt irgendeins an den da reinschieben. Das da. Jetzt warte mal. In den, in den Nisch. Das muss ich jetzt. Ah, da ist der Schleifspur. Schau. Siehste. Scratch, scratch sign on the floor. Und das müssen wir jetzt now push it in. Oder? Hoppla. So. What happens now? Oh. Da. Oh, da. Ist er weg. Schau her. Es ist da weg. Take a right. Blah. Spikes go down. In the passage we saw before. Exit. Back up. Barrel roll. Go back left to the previous room. Dies machen wir. Yes we do. Yes we can. Freunde. Hoppla. Geht er weit. Wo soll es da rum gehen? Yes we can. Und jetzt müssen wir da rein. Ne. Ich bin schon wieder. Warte. Wo bin ich denn jetzt? Weiß wieder keiner kaum. Previous room. Boom. Take a right and carefully look left around the last corner. North. North. Take a right. Und da. Vorsicht. Da ist jetzt irgendwas. Achtung. Da ist jetzt irgendwas. Ah. Da ist. Oh. Hm. Speichern. Das ist eine tödliche Falle. Jetzt warte. Speichern. Wenn ich jetzt da hingehe. Oh. Passiert nichts. Ah. Ne. Hä. Da ist es aber schon falsch. Oh ne. Das geht immer hin und her. Oh nein. Warte. Also. Das Fass geht hin und her. A barrel. A barrel. And it will come towards you when you step in turn right. It do a few hops over the pits. There are safe ones where you can hide to get to the end. Also ich muss rechts oder. Turn right. Äh. Rechts zum Ende. Warte. Warte. Kann man da mit Sidejump. Warte. Kommt das mit Sidejump. Warte. Jetzt warten wir ein bisschen. Und jetzt. Passt du warte. Uh. Sidejump. Und jetzt. Jetzt da rein. Oder? Ah. Nee. Das ist nix gut. Und jetzt. Wenn ich rechts bin. Äh. Sideflipped right over the barrel and turn right to jump to the last bit where you can find a lever. Äh. Äh. Ich muss irgendwo. Warte. Irgendwo. Da gibt noch einen. Ah. Nee. Warte. Ist das jetzt unten in der Kube oder wie? Äh. Wie? Wasem? Ist da jetzt unten? In der Google. Ne. Ander Seite wahrscheinlich noch nicht mehr. Ander Seite. Ich warte mal. So, ob du jetzt kann. Wo ist denn das fand? Okay. Oh. Achtung, so, jetzt warte, jetzt wenn das Fass weg ist, ah nee, ne, wir sind noch gesund, warte, wenn das Fass weg ist, hä, wir sind das Fass weg ist, warte, die mittlere Gugel ist tödlich, oder? Und da unten, jetzt gehen wir da rein, und dann gehen wir, oh da, da drin, da ist der Schalter schon her, also und jetzt speichern, huch, die Lager in Großaufnahme, hoppla, und jetzt Schalter. Ist die auf Zeit? Nee, ist das time run? Nee, warte, this one will bring out a bridge over the deadly pool, make your way back to the previous room and take a right, go left, at the end, up the stairs and over the disabled spike trap, make your way back to the previous room. Das war jetzt der große room, da, oder? Müssen wir sagen, der zurück. Da sieht der andere Fass. Ah, links rum. Und jetzt da rein, oder? Ah, make your way back to the previous room. Speichern, die, da, so, und jetzt, seh, oder? Und jetzt, da, und take a right, go left, to the end, up the stairs, and now we're a disabled spike trap to the corridor. Was ist denn da eigentlich? Da ist nix, oder? Ach, da waren wir vorhin. Und du sollst da reingehen. Da jetzt, oder? Weiß keiner. Ich muss mal einfach zu der Brücke jetzt rauf wieder, oder? Zu der Brücke rauf. Jetzt kommen wir rein. Ah, da ist die Brücke, oder? Ah, jetzt, da vorn, oder? Oh, da ist das ein spike trap to the corridor. Go left, down the stairs, follow us through. Äh? Go left, down the stairs, das ist jetzt das da, oder? Oh, nice colors. Darüber jetzt, oder? Warte, speichern. Schau ich mir nicht mal da drüber. Echt denn? Da jetzt sind wir, oder? Da sind wir vorhin, da... Ah! Da sind wir da vorhin, da rein, oder? Und jetzt sind wir da rein. Huch, das geht runter, dann geht das runter. Und jetzt sind wir da. Vorhin, careful, lieb. Und jetzt? Äh, go. So, äh, go left, down the stairs, and follow us through. In Old Harbor. Hüffe? Was war das? Oh! 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 Speichern. So, Freunde. So, was machen wir denn da? Go right, tu it door and it will open up. Go right, go right, tu it door. Wo oben jetzt oder wo? Nee, right. Go right. Geht da oder? Go right to a door and... Oh, was ist denn da oben? Wahnsinn. Warte, take a look around. Was ist denn da? Warte, was ist denn da? Da ist die Tür oder? Und da? Was ist da? Nothing. Go right to a door and it will open up. Hey, wo ist es nicht? Not this one. Da oder? Da ist sie. Uh-huh. Around the corner are flares and a spike trap we don't have to disable. Aha. Äh. Bin ich da richtig? Wahnsinn. Warte, wir ein bisschen rumschauen. Das wackelt hier ein bisschen. Aber muss wahrscheinlich, warte, da drin sein, oder? Oder das da? Nee, ich glaube nicht nix. Nee, also wir sind schon richtig, ne, oder? Also da drin, äh, da die spike trap, oder? Warte. Da wahrscheinlich, oder? Kommt der Ding drin? Nee, geht nix. Ähm. Go right in a double, around the corner are flares. Mhm. In a spike trap we don't have to disable. So go, go back out. Go to the water and hop in. Aha, das hätt ihr auch gleich sagen können, Mensch. Von mei, halt. Gleich sagen können. Alter, da drin ist nix. Alter, wir müssen ins Wasser, oder? Und jetzt aber ja. Wasser. Jetzt gehen wir. Schauen wir mal. Hop in. Swim ne and just around north east. Warte. Nee, wo ist in north east? Ne, north east. Da, da. Swim. Ähm. Swim, äh, around the corner. And just around the corner left in that canal is an underwater lever. Äh, da, da drüben. Du sollst da mal hingehen, komm her. Underwater lever. Da drüben ist irgendwo ein underwater lever, oder? Da, da ist einer. Ist der Timing? Nee. So, was macht jetzt der? Der macht da die Tür auf. Auf Zeit, oder? Nicht schon, weiß ich nicht. So, jetzt gehen wir. Jetzt haben wir da auf. Äh, use it. Swim up. Left. Left around the corner is the spot where you can. Climb out left around the corner. Das spot where you can. Climb da. Da, oder? Da kann man jetzt rausgehen. Komm her. So, paar Meter machen wir noch. Und da? Hier ist jetzt der Tor. Open. Zoom up, äh, 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 äh. Head straight and left and find the open gate. So, da links, oder? Und sind, oder? Ich glaube nicht. Halt da jetzt rein, oder? Da rein. Das ist schön. Und nun? Go in and right shoot the barrel in the back. Go in and right shoot the barrel in the back. In the back. Barrel. Go in and right shoot the barrel. Go in and right shoot the barrel. There is anyone. Oh, da ist barrel. Ehhh, right to open a gate in the passage, lmao. left of it. Shoot another barrel. Shoot another barrel. Let's. Shoot another barrel. In there and use the button on the wall. Button on the wall. Oh, da ist ein button on the wall. Oh, ja. Ah, oh, Kapitän, Kapitän, Hafenmeister. Das machen wir jetzt noch. Leave this storage. Go straight. Go straight and a bit to the right to the open door. Go straight. Hoppla. Da muss irgendwo, irgendwo die öffne Tür sein. Uh, den anderen war der nicht, aber ja, den hatten wir doch schon. Da, da ist er her. Warte. Kapitän, da ist er. Komm her. Da haben wir angefangen, oder? Und jetzt ist er da rein. Ah, Coca-Cola. Nö. Oh, warte. Und dann? Oh, da kann man rein. Das müssen wir jetzt. Before going in, turn around and look for a pillar. Was? Turn around and look for a pillar. Also. Before going in, turn around and look for a pillar. A bit left, just behind that tree. Pull the lower part once to the... Hä? Da ist ein, ein Griff dran, oder? Das da. Den muss man jetzt, äh, einmal rausziehen, oder? Warte. Pull the lower part once to the east. East ist da. Warte. East ist da. Ah, ja. East. Also einmal rausziehen. Pull the lower part once to the east and go right around. Ah, das raus. Da ist ein Griff dran, schau her. Handle. Ein, äh, Handle, oder? Handle. Du sollst das ziehen. Das machen wir jetzt noch schnell. Komm, ja. Einmal. Ähm. Once, äh, go right around, climb down into the hole and come to a... Bevor. Also, bevor ich da reingehe. Jetzt da nicht reingehen, sondern das da machen. Und jetzt vorsichtig. Darunter. Oh, 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 oh. Oh, la basta. Das machen wir jetzt noch. Und dann, sagen wir mal. Und dann, wie? Da haben wir jetzt noch mal drauf. Hey, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. you can stand safe in corners in case you get too close make your way up into the second windowsill fensterbrett oder west from where you can type in this fenster warte das schauen wir jetzt noch mal an die da hinten ist das wieder um die flares ah nee hallo Ich muss in das zweite Fensterbrett, oder? Oh nee. Make a way up into the second windowsill west from where you can time a jump. Over the slope when both flames are down. Also ich muss da rüber gehen. Hä? Komm. Ich muss da rüber. Ach du Schande. Nee, das machen wir halt nicht mehr. Machen wir das halt noch. Ich muss da in das Fenster. Wie soll ich denn da reinkommen? Okay. Can a time a jump over the slope when... Slope? Wo ist denn? So hinten. Slope. Slope. In both lengths I go to the end of the blocks. Oh nee. Und da kann man nicht rauf, oder? Warte. 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 Ich muss... Oh, da hinten. Da hinten ist ein Ding. Und ich muss... Von dem Fenster... Ich muss ins nächste Fensterbrett. Da speichern wir da mal. Warte hier. Und dann da rüber. Zu dem Ding da hinten. Oh nee. Das brennt aber. It's burning. Kann man da hinspringen? Warte. Ah nee. Da kann man nicht hinspringen. Warum kann man da nicht hinspringen? Da kann man hinspringen. Da kann man hinspringen. Ich will schon zwei Meter weiter. Ich muss da rein. Da rein. Warte speichern. Da muss man zehnmal speichern. Warum? Oder sagen wir das noch machen? Ich muss da rein. Wenn die Frames da dauern. Ah nee. Warte. Nee. 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 Warte. Warte. Äh. Krum. Da kann man stehen, oder? Kann man da drüben stehen? Warte. Warte. Ah du sollst da rüberspringen. Warte. Lot game. Was sollst da rüberspringen? Warte. Warte. Und da jetzt rein. Hallo. Hahaha. Das war jetzt. Warte. Warte. Jetzt sind wir da. Und jetzt müssen wir da über die Ding springen. Nee. Warte. Du sollst nicht da. Warte. Wir müssen jetzt speichern. Und da rüber. Oh. Warte. 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 Das machen wir jetzt doch schnell. Ah nee. So. Warte. Und jetzt über die Ding springen. Wenn das Feuer aus ist. muss. Dass das immer schlicht sehen. So. Jetzt komm her. Ah. Wecki. 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 Und jetzt. Warte. Das machen wir jetzt noch. Ähm. Blablabla. Jump over the slope. Go to the end of the blocks. And the. Jump over the ledge with the. over to the ledge with the pedestal das ist da oder da oben warte können wir aber wieder oh da ist ein jump lever jetzt muss ich warte speichern wir sind schon richtig oder da kann man da jetzt nicht drauf das machen wir noch nee da ich komme nicht mehr raus hier oh nee bin ich jetzt falsch oder wie da komme ich überall nicht drauf oh nee das müssen wir jetzt nicht oh warte ah nee jetzt komme ich da nicht mehr raus jetzt komme ich da nicht mehr raus so das machen wir das müssen wir jetzt noch machen safe game ich muss turn right and stand jump and stand jump with a bit of left curve to grab the jump lever tricky jump also ich brauche zuerst den jump lever oder das müssen wir jetzt noch machen ich muss zu dem jump lever ich muss auf das pedestal jump over to the ledge with the pedestal weil der brennt noch oder warte müssen wir da rüber und jetzt muss man der brennt noch und ich muss erst den jump lever das müssen wir jetzt noch machen jetzt sind jump lever oh warte jump jump lever speichern oh nee müssen wir run jump oder nee warte road game tricky jump 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 ah das ist da oder jetzt warte jetzt ist der aus das müssen wir jetzt noch machen jetzt ist der aus later go up there speichern go up there use the lever in the corner go up there wo ist denn da ab kommt das machen wir jetzt noch nicht mehr wie ist denn da ist der auf time und jetzt ist der den holen wir noch the bill is safe now climb back down and jump to grab the anchor one das machen wir jetzt heute ich meine das müssen wir da müssen wir da wieder runter das müssen wir da wieder runter und sonst ist da nichts gell und jetzt müssen wir da den ding da wie komm ich da hin das ist alles aus hier oder nee nicht ganz nicht ganz aus jetzt kommen wir das nehmen warte noch einer letzter hin jetzt können wir den niemals grab the anchor one the gate da speichern wir jetzt warte speichern save game und jetzt nehmen wir den jetzt aha okay so jetzt war ich da noch mal drüber so darüber und so dann machen wir pause herzlichen dank und tschüss bis zum nächsten mal ist das 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 da das ist so da 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 das das da et Vielen Dank.